ja okay also 3 2 1 0 du bist nicht bei mir ich lade ich noch mal ganz kurz ein ich finde es aber cool dass sich da unter einem so eine plattform auftut vor allem ist übelst effektiv nach oben zu springen und dann halt nach vorne alle ehre Achtung hier ist er falsch lol okay dann lass mal hier den typen gleich mal killen alter wie viel das abzieht wenn man die strachenattacke einsetzt oh lol hier sind hier sind einfach strachen gespawnt guck dir das mal an oh lol der rennt einfach weg ich kenne den Erdogan das sieht irgendwie so lustig aus wie die laufen mhm die Handwägungen ich glaube wir sind schon ein bisschen weit weg von den ganzen Grundstücken ja das ist nur noch eine Gruppe ey guck mal hier sind irgendwie komm mal die Fläche lol ist das ein Gegner dort kann man eigentlich auch diese Blöcke ja abbauen ne ne ich denke nicht oder äh ich glaub nicht wir sind krass wir haben ein bisschen krass ich glaub erst wenn wir unser eigenes ey guck mal hier ist ein Glühwammchen hier ist ein Glühwammchen hier ist ein Glühwammchen warte mal warte mal warte mal ok komm da ich kapp ich kapp ich hab ihn schon besiegt aber watch der das hier mal an hier hat scheinbar schon jemand eine coole Base gebaut ich mein watch der da mal an das sieht voll nice aus guck mal hier kann man das ne kann man nicht oh oh was ist hier mein drachen activated ja mein drache ist eigentlich grad dauerhaft aufgeladen also ich glaub immer wenn man einen Gegner killt kriegt man wieder so einen hm glaub ich auch ich war ihm so ok dann lass mal oh cool das sind so eine Art Ornissen nur ein bisschen überdimensioniert hey lol der hat ja jetzt sogar was zum Schießer machen höh wie viel yo ich kann die irgendwie nicht damagen alter wie wenig Schaden die bekommen ah jetzt ok so jetzt mal jetzt hat's geklappt irgendwie etwas blind und seh dich nicht ich bin schon ein ganzes stück weiter gelaufen hu ja weiter ist gut ja wieder ist quasi zurück zurück hey alter ich bin aufgestiegen im level im level ok lass noch mal zu dem zu dem Tempel gehen sag ich jetzt mal wo wir gerade eben waren zu diesem kleinen Haus lol da steht ein Portal mal naja ah ich seh dich dort hinten du bist aber weit weg gelaufen hallo ach so hier ist einfach Dungeonabschlussportal ne 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 der gehen wir erstmal nicht rein ok ja jetzt hoff das gleich gute Idee also ein Dungeonabschlussportal muss ich jetzt vielleicht gleich am Anfang nicht unbedingt betreten aber so gehen wir ja wieder zurück naja einfach um dann dass wir uns jetzt mal ein Grundstück claimen ok und da müssen wir uns natürlich auch ein cooles auszuhören was ist das hier steht nicht da oh schau ich glaub ich glaub hier so das wäre vielleicht gar nicht so schlecht ja warte mal man muss sich irgendwie eh drücken oder so drücke hui hurl aber ich bin ja jetzt nicht hier Besitzer kannst du mich irgendwie hinzufügen oder so warte mal gucken um deinen elliptischen Faktor auf Flakorn aufzuhören warte mal ist das nicht dieses Q-Dings warte mal wenn ich jetzt hier eh drücke ja man kriegt wieder Heiltränke dazu geil Hä irgendwie bin ich in den Creator-Modus gegangen watch dir das mal an warte mal hm 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 lol Ups what Das war so ein item was ich noch übrig hatte hm hm warte mal und was ist dann das item ach ne das nur wir sind die Besten wie bin ich hier reingekommen hm fai Ich hab doch nur lol lol das ist kein Pro lol mit Tab kannst du wechseln er und ich bin an neue wort steht das mal an rechtsklick gedrückt halten du musst vorher mit tab in den modus wechseln ja ich habe solche materialien hier gekriegt ja und irgendwas in mein face von diesem material der ist drei form steinerz ja ich habe auch drei form steinerz bekommen aber kann ich vielleicht auch wie geil das hier bei nacht aussieht wird stellen wir den stammel an alter wie cool das aussieht mit dem kleinen feuertrachen und im sternenhimmel dahinter ich bin irgendwie zu blöd lol wow was ist das was ist das was habe ich dorthin geplantet aber vielleicht ist das ein trauen baby wow geil ach das ist lol was ist in acht ist das eine skulptur vielleicht einfach nur nein ich konnte die gerade auslösen das ist wie so ein ahn voll geil ich habe kann jetzt mit der taste nummer eins dieses ding setzen und kann danach das auslösen indem ich genügend feuer auf das drauf also wie so eine bombe eine die 은 sie 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 ok wollen wir jetzt irgendwas kreatives machen also unabhängig von so einem haus ich kann ich kann eine persönliche truhe errichten heute kollektor und beute kollektor aber den dadurch dass jetzt schon eine truhe gekraftet habe kann ich den kollektor nicht mehr kann dieser nur in der nähe eines grundsteins sammle ausrüstungszüge und was die drohe jetzt hin mach ich einfach mal was mach ich jetzt vom steinerz also dieses spiel ist mir noch ein bisschen suspekt ist noch ein kleines rätsel ja dann lass mal hier nämlich die dann ja aber warte mal die will ich mal alleine besiegen ja ok bis jetzt bin ich nicht aufgestiegen ja vielleicht brauchst du auch irgendwie items um in höheren Macht anzukommen ich hab die am vereinzelt gemacht ja komm komm alter den höh ich über äh nicht so perversal als drückt er ja ok naja ich weiß nicht ich bin jetzt immer noch wagen zwei wuchsig du kannst ja mal in der zwischenteil googeln wie man seinen Machtrand erhöht ja also so so lang so wenn uns ist dann wissen und was n女 sie sind ihr lol ich habe gerade ein item bekommen und zwar hatte zionic seine ok lol das gibt mir nur positive sachen ich krieg laufgeschwindigkeit und gesundheit dazu ja lol durch das equipment bekommt man macht rang ich dachte dass du damit meinst dass man die bekommen nein muss sich die equippen um dann diesen rang angerechnet zu bekommen ja und jetzt bin ich zumindest 59 aber warte mal dann setze ich eben doch mal diesen behinderten soll ich den kopfteppich das soll es auch schon gewesen sein mit dieser ersten folge troff mit der falafel wir hoffen natürlich wie immer es hat euch gefallen ihr könnt auch gerne einen kommentar oder eine bewertung da lassen lasst es euch gut gehen bis zum nächsten video